Ja, jetzt sind wir hier am Ende von unserem Alkohol-Selbstversuch. Es ist irgendwie 1 Uhr morgens, Rosenmontag ist vorbei. Und ich komme gerade zurück vom Karnevalszug in Säbeln. Ja, wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie es vor 12 Stunden da ausgesehen hat. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Rückblick und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich ein bisschen erholter wieder. Okay. Oh, hier war es, right? Ja. Oh, hier. Oh, hier. Und dann schätzen wir im Internet rein, was? Ich werde gezwungen, Alkohol zu trinken, weil es ist ja Karneval. Und dann mit Martintchen. Natürlich mit Martintchen, mein Hase. Wenn dann morgen im Internet ist. Aber dann ist das Alex, das Pum. Vielleicht noch manche. Puhu. Hey, ist der Lugino, muss ich sagen. Ja, der Lugino. 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 Also, der Lugino. Ja, der Lugino. Ich weiß nur. Ja, der Lugino, ich weiß nur. Dasste ist natürlich. Natürlich. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Also, mich sucht auch noch der Karneval zu Hause heim. Um das klarzustellen, es sind tatsächlich Sozialstunden, die ich aber leiste. Bei einem älteren Herr.